Ist hier zu? Anscheinend schon, aber trotzdem hübsch. Walter. Hey Walter. Ja? Wo ist er hin? Ah. Äh, wo müssen wir hin? Hier ist glaube ich... Sieht aus, als müssen wir hier später nochmal hin. Hier kommen wir auch nicht durch. Nee, hier können wir nichts machen. Aber ich erinnere mich tatsächlich an die ganzen Sachen hier. Das ist voll schlimm. Ah. Ah, das sieht alles so bekannt aus. Das ist die größte Technologie, die nicht die Möglichkeit haben, eine Erde-Destination in ihren aktuellen Staten zu treffen. Ja, Herr Calhoun, Das heißt, sie haben ihren Versuch hier zu tun. Ist der Lämmer fertig mit erzählen? Alles klar, also wir müssen hier in die andere Welt, also die haben hier bei ihren Teleport-Experimenten, sind sie in eine andere Welt reingeraten. Wir wissen natürlich, dass es sich dabei um Xen handelt, die anscheinend auch in diesem ganzen Netzwerk mit zusammenhängt, in diesem Teleportationszeug. Und dort haben die etwas gefunden, irgendwelche Kristalle, mit denen die Teleportbestimmungen, die Orte besser bestimmen können. Weil das jetzt alles recht durcheinander ist, jetzt einfach, zack, bist du halt irgendwo und nicht an einem bestimmten Ort. Und jetzt können die das besser steuern mit den Kristallen, nur ist das hier noch die alte Technologie. Und wir müssen jetzt zu der anderen Welt die Kristalle oder dieses Device holen, was damit gebastelt wurde. Und dann hier unseren bestimmten Ort suchen. Und wir sind gleich da. Ja. Na, los, bau dich auf, liebes Feld. Ist ja aber hübsch. Es ist ja schon schön, dass wir hier nochmal so einen Sekundär-Teleporter haben. Ja, ich bin dabei. Äh, äh, für Finnland. So. Ach, so. Hallo, liebe Welt. Na? Dich kennen wir doch noch. Und wie wir dich kennen. Hallo, Xen. Oh, und hallo Musik, die wir auch schon kennen. Da oben sind noch weitere. Die Teile hier waren wieder unge... Moment. Momente mal. Momente, Momente, Momente mal. Wir waren hier schon einmal, glaube ich. Hier kamen riesige von den Knabelfiechern raus. Und wir sind als Freeman hier einmal oben rumgelatscht, behaupte ich. Ah, cool. Cool, cool. Finde ich echt mal cool. Klar waren wir hier schon. Ach, wie geil. Ja, habt ihr euren Spaß da oben. Das finde ich gerade mal sehr cool, falls es denn soweit ist. Also, ne, falls es denn überhaupt so ist. Kann ja sein, dass ich mich hier vertue. Hallo. Wir müssen jetzt hier vorne stehen. Hi. Äh, wie komme ich denn hier hoch? Nö, anscheinend nicht. Hier ist, das wäre auch zu gefährlich. Ähm, können wir denn hier irgendwie dran vorbei? Weil das bietet sich ja schon so an, wenn das hier so aufgebäumt ist. Klar, wir müssen hier, wir sind gar nicht mal, echt gar nicht mal so weit weg von dem anderen Zeugs. Wo wir denn früher schon mal waren. Hier hinter war nämlich das andere Viech, was uns verfolgt hat. Klar, ach, geil. Das heißt, wir sind ja eigentlich, wir müssten jetzt... Früher, also wir müssten vor Freeman jetzt hier sein, oder? Wie ist das? Aber das wäre ja, das wäre für Freeman aber jetzt so ein bisschen schade. Ich meine, hat sich hier vor, dass er an einem besonderen Ort ist und dann war da schon jemand vorher da. Und für nachher liegen hier deutlich zu wenig Körperteile rum. Die, ne, die von den anderen Teilen hier entstanden sind. Oder ist es tatsächlich noch eine andere Stelle hier? Kann ja auch sein, ich weiß nicht genau. Da hier drunter durch. Kann ich mich gerade mal nicht erinnern. Hm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall nett. Finde ich, also ich muss sagen, das so aus der anderen Sicht hier mitzuerleben. Ist es dann immer spannend, in den Stellen, wo man dann die Überschneidung mit der anderen Geschichte erfährt. Wie zum Beispiel eben hier durch Orte, wo man schon mal war. Ich bin gerade ein bisschen verschwenderisch hier mit der Munition, aber wir haben da... Zu viel von... Zu viel von... Mein Gott! Mein armes Herz! Wobei, das hat da nichts von einbegriffen. Äh, wo müssen wir denn jetzt lang? Ne, hier waren wir doch noch nicht. Aber hier sind wieder die bekannten... Forscher oder Wachen oder Leute, die hier vorher schon waren. Mit ihren Munitionskisten. Ne, muss der Bogen echt noch ein anderer gewesen sein. Oder wir sind einen anderen Weg gelaufen, nachdem wir da... ...durch sind. Kann ja auch sein, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Der alte Kai, ne? Der alte Kumpel hier. Hm. Die waren für dich, die Kugeln. Hier können wir durch. Ah. Ich glaube, hier sollen wir gar nicht durch. Na, Licht. Lass dich erleuchten. Ne, hier kommen wir... Nicht durch. Hier unten können... Ah, hier drei... Gänge. Hm. Au. Au. Äh, äh, äh. Gemein. Komm, wenn der andere hier schon mal frei ist, ich glaube, da gehen wir erstmal rein. Vielleicht finden wir da ja was. Oh. Außer dem Tod. Hallo. Er hat uns zugewunken vorher, immerhin. Aber so wie das hier alles verknüpft ist... Wer weiß, wo wir hier tatsächlich hinkommen. Oder ob wir von zwei von den Teilen, ob zwei von den Wegen miteinander vernüpft sind. Ey, das ist aber sehr labyrinthisch gerade hier. Aber hier kriegen wir Munition oder Zeug. Das ist schon mal gut. Ah. Hi. Hi. Na. So. Ah, schönes Licht, was hier durchscheint. Nur kriegen wir kein Leben hier, was wir gerade mal gebrauchen könnten. Oder halt, äh, anderes hier, ne? Rüstung. Okay, hier ist also schon mal nichts. Das heißt, wir gehen hier einmal rechts lang. Wir sehen hier gerade, äh, geradeaus. Bin ich mal gespannt. Mir die Taschenlampe etwas wandern lassen. Damit wir die Viecher auch sehen. Hier kommen wir weiter zu einem... All... Ne, warte. Waren wir hier schon? Dann hätte ich dann aber einen von den Teilen übersehen hier. Ich gehe mal gerade aus. Hier waren wir schon. Dann waren wir hier aber auf jeden Fall auch schon. Ich meine, wir müssen ja irgendwie reingekommen sein. Oder? Mein Gott, wie lange wir hier jetzt so durchlatschen. Ich muss sagen, ich hätte keine große Lust, selber hier durch die Gegend zu kriechen. Alles klar, hier kommen wir tatsächlich... Hier sind wir reingekommen ganz am Anfang. Ich stehe ja persönlich nicht auf so enge Gänge, wo man durchkriechen muss. Wo man nicht mehr drin stehen kann. Oder zumindest aufrecht laufen. Ist ja jetzt absolut nicht meins. Also, gut, ne? Kommt auch entsprechend selten vor, dass man das überhaupt mal braucht. Also eigentlich gar nicht. Aber trotzdem irgendwie, da wo es dunkel ist, wo man sich nicht mal... Wenn man da irgendwie durchkriechen oder krabbeln oder sowas muss, wenn man sich da nicht mal umdrehen kann... Ne, weiß ich nicht. Irgendwie kann ich das nicht gut finden. Wo kamen wir denn jetzt lang? Wo müssten wir denn da nicht? So, wunderbar. Das heißt, wir können einen von den drei Wegen da schon mal ausschließen. Sind wir direkt mal den falschen gelatscht. Was ja eigentlich auch schön ist, weil dann sehen wir halt umso mehr von dem Spiel. Ich meine, ist ja... Wenn wir von den drei Sachen gleich das Richtige nehmen, ist ja auch blöd. Das heißt, da sind wir reingelatscht. Wir könnten... Da ist noch einer und da ist noch einer. Ich bin mir echt... Ich habe keine Ahnung, wo wir denn lang müssen. Es bietet sich so an, dass es hier oben ist. Aber ich hoffe mal, dass es hier auch falsch sein wird. Nur. So. Ich wollte gerade sagen, wie sollen wir da denn hochkommen? Aber hier sollen wir gar nicht hoch. Hier kommt nur Zeugs runter. Vielleicht sogar wir selber. Schon wieder zwei Möglichkeiten. Ah. Was machen die eigentlich hier drin den ganzen Tag? Die Viecher. Wenn die hier drin hocken. Ich meine, die haben ja doch nichts zu tun. Hier ist ja nichts. Oder brauchen die gar nicht beschäftigt werden. Da kommen wir her. Ja. Wir haben mal so gesehen, ne? Hier können wir... Das sieht aus, als müssten wir hier tatsächlich hin. Das sieht sehr nach dem richtigen Weg aus. Das heißt, ich gehe nochmal zurück. Und schaue an den anderen Weg rein. Wahrscheinlich ist das dann der richtige Weg. Keine Ahnung. Dann müssen wir hier nochmal zurück. Und uns umschauen. Wobei... Ich weiß jetzt echt nicht, ob das hier... Na egal. Wir probieren das jetzt einfach aus. Ich gehe nochmal zurück. Und wenn wir da irgendwie großartig weiterkommen... Ja gut. Weiß ich auch noch nicht. So von der Richtung her müssten wir allerdings... Auch an einen ziemlich ähnlichen Ort kommen, wo wir gerade schon waren. Es sieht fast aus, als käme ich hier von unten dann... Durchgetaucht durch diesen Teich, wo wir gerade... Hingeschaut haben. Das ist sogar tatsächlich so. Ha, ha, ha. Oh. Freut man sich gerade und wird man aufgegessen. Ist ja auch nicht die feine Art. Hi. Ja, ist ja schön. Können wir uns ein bisschen heilen. Das heißt, dieses Labyrinth ist überwunden. Das finde ich persönlich ja durchaus gut. Gerade hier waren anscheinend schon andere Kollegen von uns. Allerdings jetzt in ein paar Teilen mehr. Tja, die haben sich aufgeteilt. So sprichwörtlich. Nur nicht als Team, sondern auch als Einzelperson. Ach, wunderbar. Fahren wir hier? Nee. Ah. Wunderschöne Musik. Könnte ich einfach nur zuhören. Das, was man mit der Musik verbindet, ist einfach was Gutes. Weil überall, wo das Logo vorkam, mit der Musik war letztendlich auch etwas Gutes drin. Ein Stück Erinnerung für später. Muss man dann ja mal so sagen. Das ist ja, wer es vielleicht nicht erkannt hat, von Valve das Intro-Logo-Gedengel. Die ersten paar Töne. Und bisher muss ich ja echt sagen, also alles, was ich bisher gespielt habe von denen, hat mir gefallen. Gut, Left 4 Dead und sowas habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber das ist ja bestimmt auch nicht das Schlechteste. Zumindest feiern das ja einige Leute ab. Zumindest, wenn man das denn mit mehreren spielt. Das ist ja das über weil wir jetzt Al搭nägen. Somet건요. Untertitelung des ZDF für funk, 2017